So, jetzt muss Indro erst mal angucken. Ich werde Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen. Fahrern los! Leiden sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Mann. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Hey, Dan, es geht nach oben. Die Kaiserin ist geschlossen, fertig. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Oh, trifft die Kaiserin, okay. Und bei der Knarre. Soll. Beklärt das. Du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesen fiesen alten Meisterspionen. Gut, los geht's. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaub, sie hat dich vermisst. Muss ich jetzt warten, bis sie sich versteckt hat, oder? Na, mach schon. In meinem Ernst, wie ist sie da so schnell hingekommen? Oh, cool. Aber tiefer ist gedacht. Ich schließe meine Augen und zähle, und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis zehn. Versteck dich gut. Ganz oft. C, Schleichmodus, okay. Wir können nicht in den Buschchen da uns. Gut, dann woanders. Eine Kuh oder E-Drix. Kannst du die Hinterecken hervorschauen. Aha. Klärtaste, komme ich den Gegenstand hoch. Sie ist da hinten. Jetzt spiele ich verstecken mit einem Kind, ey. Ich dachte, hier können wir ein paar Leute abknallen. Mit der Mutter, die ich auch sehen kann. Oh. Lauf mit mir! Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Also dem Maler traue ich nicht über den Weg. Am liebsten würde ich ihn jetzt von hinten in den Kopf schießen. Oh, wo ist denn jetzt schon wieder hingelaufen? Sie empfängt sie gleich. Die Menschen sind krank. Keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden Sie vor der Seuche retten, wenn wir können. jeden einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke Emily. Lassen Sie uns allein, wie Sie wünschen. Elterwesen mit der Kaiserin verheiratet. Korvo. Zwei Tage zu früh. Von neue Überraschungen, wie immer. Oh, ich will eine Knarre. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Gibt den Brief der Kaiserin? Ja, super. Wie denn? Die sind ja witzig, ey. Ah. Wir sind nicht mit der alten verheiratet. Naja. Ich hoffe, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter, geht es gut. Halt! Wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Drücke, linke Maustaste für einen Angriff. Mit rechts. Oder für einen Angriff mit links. Äh. Auch noch seitenverkehrt. Gott, ich wollte gerade schießen, indem ich spiele. Teilsteuerung links. Oh ja, ist mir scheißegal gerade. Komm her! Ja, Gott, vor denn. Abzin. Ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht noch mal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Komm! Mama! Komm! Komm! Er will! Alles fällt auseinander. Finden Sie Emily! Beschützen Sie sie. Sie sind der einzigen, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. der ordn schütze uns seht was er getan hat er hat die kaiserin getötet was haben sie mit lady emily gemacht verräter ihr eigener leidwächter welche ironie dafür will ich ihren kopf voll sehen ja und gibt jetzt alles schon keinen sinn mehr teleportierende masken heinis die wenn diese töte sind auch aufgehende solche die auch einfach die pest sein könnte hier gibt alles gar keinen sinn wenn ich einfach rumlaufen und leute töten das ist ihre letzte chance corvo unterschreiben sie dieses geständnis und ich gebe ihnen die letzten riten das reicht jetzt verschwindet gebt dem man zeit zum nachdenken die kaiserin ist tot ihre tochter emily entführt und die wahrheit wird niemals ans licht kommen ja sie angst morgen wird sie hingerichtet aber es ist für einen guten zweck dieses land braucht starke führer die die schwachen leiden und dabei helfen sie gern das ganze war wirklich nichts persönliches auch wenn sie beinahe unsere pläne vereitelt hätten aber es ist ja alles gut gegangen sie waren zur rechten zeit am falschen ort und jemand wusste des sind bock sein neben sie wohl bringt ihn zurück in seine zelle du solltest essen corvo dieses essen hat ein freund geschickt als 100 pro was drinne ich höre und links für nahkampf ja ja ich will ihn abstechen nervt nicht spiel aber können wir nur das eine schwert nehmen ist auch scheiße dass mich raus nur noch drei tage dann klopfen die mich ich vermiss ich 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 was soll ich hier oben was habe ich mit R jetzt aufgesammelt das tötet uns auch bestimmt aber wir essen das alles direkt mit Dose wir können alles mitnehmen cool denkst du wohl ich kann dir nicht hören ich werde dich finden du Hexenfisch du kannst dich nicht mehr lange verstecken das habe ich gehört ich werde wer von denen hat jetzt den Schlüssel wir testen gleich mal R Hofgang das da wir scheffeln hier Geld oder das gibt es ja nicht da kommen wir nicht rein also scheinbar müssen wir jetzt aus dem Gefängnis entkommen in den Sprengsatz Zeitbombe erstmal einpacken nur eine Bombe cool hier noch so lesen und irgendwas wichtiges bestimmt leere Flasche eine Teetasse rot durch Teetasse das gab es schon mal geil geil wäre wenn ich wüsste wie man nachlädt du hast jemanden zur Witwe gemacht verdammter Hund das Spiel ist so alt die Grafik ist leicht von Arsch ich surfe jetzt einfach mal R cool der hat nicht geklappt jetzt um zu erfahren wie du ein feld was ja was für ein angriff verlauf markierungen wir uns hinweise fängsatz mit ursäk stellt gesundheit wieder her ach was war gar keine bombe so dann werden wir jetzt mal die laden wir nach ach ey das hat das spiel doch bestimmt schon erklärt oder Kopfspaltung Wagen oh Gott wie lädt man nach ey A L M N B scheiße Gang verlassen was ist das da Türsteuerung A ups ich hab so ein Elixier gesoffen Kugeln cool wir lassen hier überall Geld rumliegen ach Gott hat mir erschrocken der kam ganz schön schnell von oben sooo sooo soo soo sooo soo soo welche richtung also aus dem knasten war raus jetzt doch mal bestimmt alle in dem königreich abschlachten oder wir haben uns unschuldig ins gefängnis geworfen gegeben das kann in der situation nicht im gefängnis bleiben also da die uns verraten haben das königreich verraten haben wir von bestimmt einfach jeden die was ihn töten logische schlussfolgerung und so übrigens in unsere wappen weg wie viele leute hat er auf der flucht getötet wer die kaiserin umbringt schätzt sich wohl nicht um ein paar wachen sieh dir das mal an hier unten war jemand vielleicht die bordeaux street gang pass auf sprengfallen auf so wie es aussieht könnten hier welche sein hast du angst da leben nur kaufleute und ruhe frischlinge wie du haben ihn nie in aktion gesehen ich sage ihnen beim training gegen drei männer gleichzeitig kämpfen wie ein wirbelwind wenn derzeit nicht geöffnet werden alter wann können wir die denn öffnen 42 meter das war ein bisschen weit ne oh guck mal essen äh äh cool ah festgehangen ja ja c ist mir schon klar ah das war wie eine plug tail aber das ist irgendwie ein anderes spiel alter was geht mit den ratten die fressen die ganze auf okay alter gut so dass wir nicht bei den ratten da unten sind mutierte riesen ratten noch hatten auch gar nicht 115 meter waren doch eben nur noch 30 meter wir konnten auch nirgends anders lang oh nein oh gott wo gehen die ratten dann hin da stimmt mit den ratten nicht wie sollen wir da hinten hinkommen wenn jetzt da überall ratten sind ich denke mal wieder oben lang aber die sache ist wo kommen wir hoch und können wir da durch dreckwasser schwimmen also rechts ist scheinbar unsere atem anzeige also die ausrüstung ist immer noch da ja super ja wie kommt man jetzt hier raus versteckte ausrüstung da hinten der scheint eingeschlafen oder ziemlich tot ich hier blockiert ja htf zum tragen aha ok balken also immer schön auf die ratten aufpassen was sind das für ein trick mit dieser ausrüstungskiste leere fläche jetzt diese blöde ausrüstungskiste schon wieder aus weit weg zählt die nahrung als ausrüstungskiste aber wie kommen wir jetzt nach wobei da sind ja schon ratten die könnten ja mal die beiden leichen da fressen gehen ach das sind sogar drei wir müssen doch bestimmt dadurch die tür ob wir die flasche holen auf die leiche werfen damit die ratten denken da gibt es was schönes zu essen aber ja mal testen habe ich die scheiß flasche extra nicht mitgenommen aha das spiel erklärt mir das was ich gerade selber erklärt habe super krass interessiert die ratten gar nicht wenn wir da jetzt aber schnell genug hinkommen nehmen wir uns einfach so eine leiche schmeißen die dahin tragen eine zweite mit legen die daneben ab machen das ding kurz auf und gehen rein müssen wir mit gleichen ratten füttern das hat ja gar nicht geklappt egal haben wir noch zwei zum versuchen achtung bürger von dann vor der attenzierter koppel verantwortlich für den mord an unserer geliebten kaiserin und das verschwinden von thronerb in ledig ich wollte zwar hinter das wasser gucken aber leertaste abspringen wir können es auch fallen lassen geil also da ist ein gang und da bringt was quadrat oder kommt stimmt ein mit abstechen ja hier erwirken meine ich da hinten sind auflösen aber wieder ein bisschen gesundheits elixier war erstmal alles mit wir wissen jetzt dass es keine granate ist wenn wir dann auf ergo wieder benutzen da ist noch mehr draht und geld war sind wir als verräter gebrannt markt und als geflohen aber naja also hier war doch aber auch mal irgendwas warum ist auch irgendwas da ist die sprengfalle für das seil das hier nicht ist haben sie vergessen anzubringen versteckte ausrüstung da ist ein brief wohl wahrscheinlich dauert das nachladen mit dem ding ewig schnell auswahl haltet im ausrad gedrückt um ich schnell auswahl zu öffnen schnell auswahl das sind verschiedene pfeile oder wie also wir haben jetzt acht ausgewählt ne was nummer zwei ist ausgewählt wir haben davon acht stück er ist aber ein bisschen doof erklärt brauchen wir gerade eine leiche das ist schon wieder so eine scheiß überfalle ich habe die idee aber nicht geklappt hier kann man die nicht werfen aber eigentlich war hier ist bestimmt voll wichtig wenn wir das lesen und so kombination erforderlich und kriegen wir die jetzt ja wieso liegt hier ein tresor rum an bolzen an mir kommt er nicht verweißer weißt du wen wir hier jagen versuch nicht den helden zu spielen was wenn niemand in meiner nähe ist kannst dich nicht ewig verstecken den einen haben wir im kopf gesprengte mein war nur ich werde das ist aber erst mal ein bisschen sachen die kräuter ja ich weiß auch dass ich hier nur vogel und rum gucken ich werde dich finden du hexenfisch aber da ist auch ich weiß dass du hier bist und da von flanken angriff durchführen was den falten angriff mein bestem flanken angriff oder also wir müssen scheinbar zu irgendeinem samuel patient als feste katze heute nehmen die minzen brauche jetzt ja eh nicht mehr aber wir sind voll geheilt samuel da so mal schauen wie wir hinkommen weiß ich habe die rechte maustaus gedrückt kacke ich wollte die linke maustaus zu drücken also ich wollte mit dem schwert angreifen oh nein hier mutierte killer ratten schnell weg hier immer schön abbauen von den ratten hier wir sind verdächtig nahe nach straßen bauen achten bürger von dann wo der attentäter verantwortlich für den mord an unserer geliebten kaiserin und das verschwinden vom thron erben lady emily ist der staatsgewalt vorübergehend entkommen mehrere taftere offiziere des staates starben bereits durch seine hand er muss um jeden preis gefangen oder getötet werden ok korvo, hier drüben schnell, ich bin ein freund ich bin Samuel ich arbeite für ein paar ehrbare leute die sie gern treffen würden sie sagten mir, sie kämen hier raus aber ich kann es immer noch kaum glauben ich bringe sie zum treffpunkt an dem riesen gepanzerten schiff vorbei oder was während wir auf der flucht sind warten sie, ich brauche noch einen augenblick nee, wieso so, dann mal los, alter Mann da war ein Wal drauf stimmt mit den Leuten nicht gegner irgendwie Outsider-Schreine gefunden was für Dinger Gemälde von Skolloft gefunden Brunen gefunden scheiße, das hat nur alles es gab 1010 Münzen niemanden getötet wer will denn sowas nein, guck mal kein Zivilist dabei kein Alarm ausgelöst Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt keine Sonderposition erreicht Geist nicht erkannt worden entehrt es soll das immer so mini abschnitte missionen das ist der Houndpitz-Pub für Kundschaft geschlossen der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert direkt unter der Nase des Lord Regenten und er merkt gar nichts davon wenn jemand herausfindet was wir hier tun wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen wir haben Admiral Havelock und die anderen Kaiserträume getroffen auf den Admiral kann man zählen wenn jemand ihnen helfen kann Lady Emily zu finden und ihren Namen rein zu waschen dann er das sieht gewaltig nach Hundekämpfen aus jetzt zum Lesen oh hier Lesen wie was irgendwas aktualisiert ja 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 Jellys Anteil Anonyme Nachrichten Inventar Ob zu die Müllen jetzt unser blödes Inventar voll was und los werden können wir die auch nicht wir haben hier doch Waffen dabei ey ruhig mal ausrüsten hier oh wir haben auch nur zwei Kugeln Übungsbolzen Handbolzen Armbrustbolzen so der hat mir doch hier gezeigt ja super da wähle ich nur die Munition aus ach scheiße warum ist denn das die linke Waffe auf der rechten Maus das wer hat sich den Schwachsinn schon wieder fallen lassen jetzt habe ich einen Fall verballert kann man die irgendwie wieder wegstecken da ist doch scheiße nee wie waren hier Inventar jota was da immer ja ausrüstung ja guck mal ich hab doch hier so eine Dreckspistole können wir die nicht nehmen was scheiße ich hab die Pistole und hier auf Mausrad oder drücke ich jetzt zwei ja jetzt habe ich zwei gedrückt jetzt ist alles weg fünf ach man muss während man das blöde Mausrad hält das ist ja assi gut wir haben nur zwei Kugeln aber wenn ich andauernd die linke Maustaste also links drücke weil ich schießen will greife ich ja wenigstens mit dem Schwert an aber richtig doof wenn wir mit dem Schwert angreifen wollen müssen wir die linke Maustaste drücken das kann man doch bestimmt ändern oder nicht das ist doch richtig dumm hanna schweckte Schwierigkeitsgrad Spieloberfläche aber warte bestimmt Steuerung ja so hinten schleichen links rechts Schwertangriff linke Maustaste ja können wir das nicht tauschen geht das? so also wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke ah guck mal einer an jetzt wäre nur noch schön wenn wir das Pferd eigentlich in der linken Hand hätten aber ist cool wir konnten es ändern so wir gucken uns hier erstmal um bevor wir da reingehen so das ist nicht so ein komisches verstecktes Zeichen ne oder hinten an der Hauswand war auch noch eins ja das war Spenden ist auch nur eine Krone hm weil eben haben wir ja ganz viele Sachen irgendwie nicht entdeckt mal schauen dass wir hier auch diesmal vielleicht ein bisschen mehr entdecken also wer weiß was das für Hunde sind wenn die in so ein Ding angehalten wurden oh guck mal ne leuchtet was blau ein bisschen zum Hauenpitz erforderlich ja den haben wir natürlich nicht ah warte mal können wir da oben drauf Achtung an alle Bürger sofern sie keine anderweitige Autorisierung besitzen geht die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang Missachtung führt zu Verhör und Haft falls nötig vergessen sie nicht nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit also da kommen wir nicht hoch so scheint schade so wie ich denn jetzt also scheinbar kann man ja mit der Umgebung auch interagieren und alles so wir hören arbeiten sie rund um die Uhr stoßen sie dazu sie werden ihnen helfen die wahren Mörder der Kaiserin zu finden ja jetzt gerade nicht unzerstörbare Tür guck mal wie kann ich helfen ich bin Wallace und das hier ist Cecilia wir wurden über ihr kommen unterrichtet und werden unser Bestes tun ihnen bei ihren Geschäften aus dem Weg zu gehen ja Lydia ist auch eine Dienerin ich sollte doch da reingehen was willst du denn die mich denn dann voll Blut formen sie fraglich ist ja ob man hier später auch irgendwas sprengen kann guck mal da Kupferdraht ja hier steht Kupferdraht und angezeigt wird sie in Münzen ok 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 meine haben wir jetzt die falsch das hat hier Maussteuerung erstmal eingeschaltet die Mission hier werden wir uns dann beim nächsten Morgen gucken ich hoffe er hat euch beiden gerne abonnieren liken wir sehen uns an bei den nächsten der Admiral wird sie sicher bald kennenlernen wollen war nicht einfach sie herzubekommen bei der nächsten Mission wieder das Spiel ist jetzt ein bisschen älter was man an der Grafik sieht aber solange es ein bisschen Spaß macht irgendwie geht das ja ich würde keine Zeit vergeuden die Zeit ist recht knapp bemessen weil da wenn er mich noch einmal unterbricht ne lässt sich ihm den Kopf ab so also machen wir einfach so dann ist das unsere Maske sehen wie so aus dann hätten wir ja voll die coolen Augen dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann bis dann